Hallo Freunde, heute gucken wir uns wieder das Meta an von Mai 2021 in einer Tierlist. Ich habe immer meine Kategorien, brauche ich nicht zu erklären, die habt ihr alle schon mal gesehen. Wir sagen, wir starten wieder mit dem ersten Deck und das ist Alter Geist. Alter Geist ist immer noch ein Deck, wo ich sagen würde, das ist ziemlich gut. Ich würde sagen, Alter Geist ist ein gutes Tier 3 Deck. Es hat jetzt wieder getoppt auf der Extravaganza, okay, ja, das ist mir klar. Aber es ist jetzt halt nicht so krass gut, dass es halt in den höheren Tiers quasi mitspielen kann. Ich werde das gleich sehen, wenn wir auf die anderen Decks eingehen. Das Alter Geist ja nicht wirklich viel zu mitbereden kann, obwohl es halt wirklich toppen kann. Aber Tier 3 Decks können ja auch toppen bei Events. Dann haben wir einmal Burning Abyss mit diesem wunderschönen Dungeon, den ich mir ausgesucht habe. Habe ich letzte Woche vergessen gehabt. Ja, es ist auch ein Tier 3 Deck. Es ist halt super konstant, es macht halt stuff. Aber das PK Deck ist einfach besser und ihr könnt halt die BA Karten in PK spielen. Deswegen kommt es auch zu Tier 3. Dann haben wir Bird Up, kommt zu Tier 2. Ihr könnt theoretisch auch das pure Trabagate Deck halt mit hier einordnen. Das hat ungefähr denselben Stellenwert. Wenn das neue Linkmonster rauskommt, ist es wahrscheinlich nochmal besser, ob es dann Tier 1 wird. Gute Frage, aber es ist Tier 2 aktuell. Weil egal welche Variante ihr davon spielt, das Deck hat immer so denselben Output mit Churayek. Die meisten machen wirklich ja Zimorg, also auch mit der puren Variante ist das ja möglich. Deswegen ist es auf jeden Fall ein cooles Deck. Das Bird Up Deck ist halt mehr Extender quasi. Dann haben wir das Bustabletter Deck. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich würde Bustabletter tatsächlich zu Tier 2 einordnen. Ich habe es jetzt mal glaube ich auch in Tier 3 gepackt. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Deck ziemlich, ziemlich strong ist. Und es zwar viele Bricks spielt, aber immer noch ziemlich gut ist. Und ich hoffe auch, dass es besser ist als die Guru Variante. Weil es halt einen besseren Lock erzeugen kann und gegen Dragon Link halt deutlich besser ist. Deswegen glaube ich schon, dass es im Tier 2 ganz gut aufgehoben ist. Das Hebrach mache ich kurz. Tom Leif für all dieses Spielen ist leider irrelevant. Es hat sogar getoppt auf der UK Extravaganza. Aber es macht es halt trotzdem nicht relevant. Es ist ein cooles Deck. Es hat ein paar niedrige Interaktionen, aber es hättet sich halt super easy stoppen. Jetzt kommen wir zu einem Deck, was mir persönlich ein bisschen weh tut. Nämlich Dinos. Das kommt nämlich hier hin. Ah ja. Es ist halt ein gutes Deck. Mir ist es eine gute Karte. Aber ich habe selber bei der Extravaganza gemerkt, der Output, den der Dinos hat, ist halt, wenn es gut zieht, insane. Wenn es nicht so gut zieht, eher weniger. Und dadurch, dass aktuell viel Stun gespielt wird, fällt Dino so ein bisschen flat. Und es ist halt auch von den Tops halt in den letzten Wochen fehlt so ein bisschen das Dino Deck. Deswegen kommt es für mich in Tier 2. Dann haben wir Dragon Link. Das ist Deck to Beat. Es ist immer noch das beste Deck des Formats. Es ist halt ultra konstant. Es hat super viele Extender. Es kann durch 3 bis 4 Handtrips durchspielen und dir trotzdem noch ein Ziel plus ein Savage da hinlegen. Das ist halt schon ziemlich strong. Deshalb ist es auf jeden Fall das beste Deck des Formats. Aber immer noch wer hat Tier 1. Drytron. Drytron kommt zu Tier 3. Obwohl ich das eigentlich besser sehe. Der Grund dahinter ist aber folgender. Auch wenn das Deck ziemlich gut ist. Wenn niemand das Deck spielt, werdet ihr das in der Meta nicht antreffen. Deswegen ist es halt nicht so häufig gesehen. Und das Meta besiegt sich auf die Decks, die am stärksten sind und am häufigsten vertreten sind. Und da taucht Drytron leider eigentlich auf. Obwohl es halt wirklich ein extrem gutes Deck ist. Ich glaube die Leute warten wirklich bei Drytron auf den Support der kommt. Deswegen aktuell der Tier 3. Obwohl es eigentlich vom Deck her stärker wäre. Aber weil es halt so wenig gespielt wird. Earth Machine packen wir auch zur Tier 3. Es ist ein solides Deck. Es macht Stuff. Aber nicht genug. Es kann natürlich viele Sachen outen. Definitiv. Nur die Decks hier drüber sind meiner Meinung nach alle besser als das. Deswegen bleibt das hier vorne. Auf einmal haben wir BA hier hinter. Weil die sind auf jeden Fall besser als BA. Dann haben wir Gren Maju. Ups. Nein, 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 nein. T2, nö, nö, nö. T3. Es hat sich gezeigt, dass Gren Maju doch noch ein bisschen viable ist. Mit den ganzen Karten, die die ganzen anderen Decks halt nicht jucken. Und deshalb Tier 3. Es ist halt kein Scheiß-Deck. Aber es ist auch nicht richtig gut. Deswegen Tier 3 ist ganz solid auf jeden Fall. Ist halt wie immer nicht irrelevant. Dann haben wir als nächstes Guru. Guru kommt zu Tier 3. Es ist ähnlich wie Altegeist. Nur dass es halt ein höheres Ceiling hat. Aber Altegeist ist halt konstanter in sich. Deswegen tun die sich nicht viel. Kommen beide in Tier 3. Beide solide Decks. Heroes. Dafür kriege ich Flags. Es kommt in irrelevant. Es macht leider nicht gut. Dann haben wir Infernobel. Oh. Dafür werdet ihr mich hassen. Irrelevant. Und der Grundeinteil ist folgende. Das ist eine ähnliche Begründung wie bei Drytron. Nur dass ich Drytrons Ceiling halt deutlich höher einsetze. Das Deck ist halt ziemlich gut. Definitiv. Aber es spielt halt kaum jemand. Vielleicht ist es hier jetzt spielen. Kudos zu euch. Aber das Deck wird halt super selten gespielt. Das heißt, ihr werdet es halt wirklich sehr bei Turnieren selten sehen. Und das heißt, sich darauf vorzubereiten ist halt komplett irrelevant. Das Deck ist auf jeden Fall auf dem Schirm zu haben. Das ist ja auch in dieser Liste drin. Aber es ist nicht so, dass jetzt quasi innerhalb der Sphären da auftauchen wird. Da sehe ich Drytron sogar noch ein bisschen häufiger als Infernobel. Ein gutes Deck, aber leider nicht relevant fürs Format. Das gleiche gilt übrigens auch für meine Dolce. Ja, meine Dolce ist halt so ein Deck. Wenn du es halt spielen kannst, ist es halt richtig insane. Wenn du es nicht spielen kannst, lass es sein. Es toppt halt hier und da mal. Definitiv. Und es ist auch kein schlechtes Deck. Die Frage ist halt, würde ich das halt von irrelevant raus. Weil Tier 3 will ich es nicht machen. Da habe ich schon super viele. Und da sind die halt deutlich besser. Ich packe es mal ganz am Anfang von Aeroland. So Borderline Tier 3. Da sehe ich es gerade aktuell. Orkust leider hier unten. Paleo auch leider hier unten. Auch wenn es schade ist, aber es sehe ich halt hier unten. Pendel sehe ich auch hier unten. Auch wenn Triff jetzt damit getoppt hat und undefeated durchgegangen ist, ist das trotzdem halt irrelevant. Weil nur mit einem Spiel damit halt einmal was reißen kann, macht es das Deck jetzt halt nicht broken. PK. Haben wir mal was Positives. PK ist ein T2 Deck. Das Deck ist sogar richtig gut. Es hat extrem viele Exender, extrem viele Starterkarten. Das ist super konstant. Es kann Dragoon spielen, wenn es möchte. Es ist halt ein ziemlich, ziemlich gutes Deck. Dann haben wir ja Prankets. Ja, T1. Ich habe ja letztes Mal bei der Tierliste hier Prankets auch zu T1 gesetzt. Wo ich gesagt habe, weiß ich was passiert. Hat sich solidified. Prankets auf jeden Fall ein richtig, richtig starkes Deck. Auf jeden Fall ein Dragon Link Killer. Muss man fairerweise sagen. Da haben wir die Rocks. Die kommen hier zu T3. Auch da wieder ist es ein ziemlich solidiges Deck, aber es spielt halt kaum jemand. Und deshalb kommt es hier unten hin. Salamangrid. Wuhu. Brauche ich nichts zu sagen, denke ich. Shadol definitiv T1 und ich glaube sogar, das ist der Big Contender für Dragon Link, weil es halt wirklich viele outen kann. Also Shadol sehe ich halt vor Prankets, weil Prankets halt gegen Shadol nicht viel macht und Shadol hat gegen beide Decks halt ziemlich gutes. Dann haben wir Skystracker. Letzte Liste habt ihr gedacht, ich habe es vergessen. Ich zeige mal, warum ich es vergessen habe. Sorry, aber da gehört es leider hin. Stun muss ich leider sagen, schwierig. Ich frage es auch mal in Irrelevant rein, obwohl Lucien halt mit Mystic Mine getoppt ist, mit einer guten Liste. Aber es wird so viel Spelltrapping gespielt, da sehe ich es aktuell. Unchained, habe ich letztes Mal gesagt, war Tier 3 an Top. Ich packe Unchained mal hier hin, neben die Decks. Es ist immer noch ein gutes Deck, aber auch da. Es wird nicht so oft gespielt, wie ich eigentlich denken würde, weil es halt ein gutes Deck ist. Sondern die kommen mir wirklich häufiger vor. Deswegen kommt es halt wirklich hier hin. Ist ein gutes Deck. So, jetzt kommt die Überraschung für mich, nämlich Virtual World. Ich habe mir jetzt schon immer gesagt, dass es ein gutes Deck ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass es halt so konstant gute Ergebnisse erzielt. Es ist halt wirklich bei jeder Ex-Avaganza in den Tops gekommen. Es ist ein Contender auf den oberen Tables gewesen. Es war halt wirklich überall und auch bei der PPG war es mit dabei. Es ist ein unglaublich gutes Deck. Und deshalb gehört es für mich auch in Tier 1. Definitiv. Auch wenn es natürlich nicht mehr so stark ist wie damals mit VFD. Immer noch ein Tier 1 Deck. Dann haben wir Water. Kommen zu Tier 3. Es ist ein ziemlich, ziemlich gutes Deck. Aber das war es auch schon. Das heißt, es kann einen Handloop machen. Das ist ganz nice. Es kann nicht ultikanen, wenn es will. Aber es hat halt so Consistency-Probleme. Deswegen kommt es zu Tier 3. Es ist immer noch besser als mit Deutsch und Heroes. Vergesst mich auf jeden Fall. Dann haben wir Zombies. Ja, auch Tier 3. Zombies ist halt nur auf Tier 3, weil es halt gegen die meisten Deck hier oben ein extrem gutes Matchup hat. Und dann haben wir Zulik-Eltlich. Und alle Eltlich-Varianten, ob es jetzt Eltlich-Dokmatiker ist, gehört für mich alles mit dazu. Kommt auch Tier 1. Auch wenn ganz am Ende von Tier 1. Aber es ist trotzdem in der Sphäre der besten 5 Decks auf jeden Fall. Ja, das war meine Liste. Ich hoffe, sie hilft euch, um euch besser am Meter zurecht zu finden. Dann war es das für mich heute. Lasst mir auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Hier unten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video da rein. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute.